Heute gibt es im Test das Bombenurror-Festival vom Panda-Feuerwerk. Ich habe es für 8,99 Euro in unserem Trinkhut bekommen. Die haben echt coole Sachen. Die hat er zum Beispiel auch die Leslie Gold. Ja, ich bin froh, dass wir diesen Trinkhut hier haben, weil solche speziellen Sachen kriegt man normalerweise ja nicht in irgendeinem Laden. Dieses ganze Paket hier hat eine Gesamt-NEM von 75 Gramm, das heißt ungefähr 25 Gramm NEM pro Rohr. Ziemlich coole Geschichte. Und ja, wir wollen mal gucken, ob das wirklich so ein kleiner Ersatz ist für die Diamond-Bombenrohre. 30 mm Kaliber haben sie, also 20 mm weniger als Diamond. Naja gut, wir werden ja sehen. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass sie sehr gut sein sollen. Wir werden es testen und dann sehen wir uns gleich draußen wieder. Also, wir werden es testen und dann sehen wir uns gleich wieder.